Reden wir heute über die Berichterstattung, über die Demonstration gegen den Nationalsozialismus, gegen Rechtsextremismus und gegen Rechts. Nicht nur für Steffen Leifer, ZDF in Bayern, ist die Demo in München nämlich eigentlich eine Demonstration gegen Rechts. Auf diesen Demos finden wir neben Antifa und Antisemiten auch zufällig befragte Mitarbeiter des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und eine Vielzahl an verschiedensten Politikern der Ampelparteien. Am liebsten lässt natürlich der öffentlich-rechtliche Rundfunk die eigenen Leute vor die Kamera. Das ist auch selbstverständlich, die werden natürlich nicht mich da hinsetzen, jemanden, der auch vielleicht das ein oder andere kritische Wort äußert. Aber auch wenn man Leute befragt zu bestimmten Themen, naja, fragt man auch nicht mich, sondern auch die eigenen Mitarbeiter. Und wenn es dann hier nach den öffentlich-rechtlichen geht, dann ist es auch im Vorfeld nicht notwendig, das zu kennzeichnen. Gucken wir uns einen Ausschnitt der hessenschau vom 20. Januar an. Hadija Haruna Oelker. Sie ist Teil der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland. Und für uns ist der Hass nicht neu. Sie sagt, ein Nie-Wieder ist nicht sicher. Die ganzen marginalisierten Gruppen, die so unter Woke, Identitätspolitik und so unter Kulturkampf abgehandelt werden, das sind die Menschen, die damals nicht mehr leben sollten, die ausgelöscht werden sollten. Und sie sind immer noch dabei, ihre Stimmen zu erheben. Und solange dieses Verständnis von Menschenrechten noch nicht angekommen ist, ist diese Erinnerungskultur, und das sehen wir an der großen Antisemitismusdebatte jetzt auch, an den stetigen Rassismusgeschichten nicht vorbei. Na nun, was ist da denn passiert? In einem Beitrag der hessenschau mit dem Titel Zehntausende demonstrieren in Hessen gegen rechts? Dort wird die Rednerin Hadija Haruna Oelker interviewt. Sie arbeitet für den hessischen Rundfunk und als Moderatorin bei der Grünen Heinrich-Böll-Stiftung. Im ursprünglichen Beitrag, der natürlich auch im Fernsehen ausgestrahlt wurde, wird ihre Tätigkeit beim eigenen Sender nicht erwähnt. Dort wird sie lediglich als Aktivistin vorgestellt. Der Beitrag wurde so ausgestrahlt. Keine Einordnung, kein Hinweis darauf, dass es sich um eine Mitarbeiterin im eigenen Haus handelt. In der Beschreibung der korrigierten Fassung findet sich dazu keine Erklärung. Auf Twitter und auf ihrer eigenen Internetseite haben sie dann aber doch noch darauf hingewiesen. Der ÖRR-Blog und die Nutzerin auf Twitter, Critical Cat, haben hier diese Informationen zusammengetragen, mit denen ich das Video hier hüttern werde. Die hessenschau hat den Beitrag des ÖRR-Blogs auf Twitter kommentiert. Wir haben Hadija Haruna Oelker als Teilnehmerin der Demonstration gegen Rechtsextremismus in Frankfurt interviewt. Dabei ist uns ein Fehler unterlaufen. Naja, das wäre so, als wenn, weiß ich nicht, irgendeine Berichterstattung im Bundestag, vor dem Bundestag stünde, um irgendwelche Demonstranten zu fragen und dann taucht da in der Menge plötzlich Robert Habeck auf und singt eine Lobeshymne auf die Bundesregierung. Wir hätten im Beitrag kenntlich machen müssen, dass sie auch als freie Mitarbeiterin für den HR tätig ist. Okay, auch als freie Mitarbeiterin. Das klingt ja nach so, ich weiß nicht, Gelegenheitsjobs. Auf der Internetseite des LSKH, Stand früher mal für das Lesbisch-Schwule-Kultur-Aus in Frankfurt, finden wir diese paar Sätze über sie. Darin steht, hauptsächlich arbeitet sie für den hessischen Rundfunk, unter anderem für die Sendung der Tag HR2-Kultur. Die Formulierung des HR gibt das so leider nicht wieder. Die hessenschau schreibt in ihrer Korrektur auf der Internetseite, in der hessenschau-Sendung vom 20.01. um 19.30 Uhr kommt in einem Beitrag über die Demonstration gegen Rechtsextremismus in Frankfurt auch Hadija Haruna Oelker als geladene Rednerin auf der Demonstrationskundgebung in einem O-Ton zu Wort. Sie ist auch als freie Mitarbeiterin für den hessischen Rundfunk tätig. Das hätten wir im Beitrag kenntlich machen müssen. Ja, das hättet ihr machen müssen. Wir bedauern den Fehler. Frau Haruna Oelker war selbst weder an der Erstellung noch an der Abnahme des Beitrags beteiligt. Na, das wäre ja noch schöner gewesen, wenn es ihr eigener Beitrag gewesen wäre. Der hessenschau-Beitrag wurde jetzt also korrigiert. Zumindest findet sich die korrigierte Fassung auf YouTube. Im Internet und in der Mediathek ist der Beitrag einfach gelöscht worden. Was macht das, was da in Potsdam diskutiert wurde und was wir gerade gehört haben mit jenen, über die da gesprochen wurde? Und die seit Jahren schon mit Sorge auf die wachsenden Umfragewerte der AfD schauen. Mitbürgerinnen und Mitbürger mit Migrationshintergrund in Deutschland. Nadine Bader mit Stimmen am Rande. Einer der vielen Demonstrationen von diesem Wochenende gestern in Berlin. Frage. Wie viele Personen schafft es das erste deutsche Fernsehen in einem Beitrag? Ja, nehmen wir Bericht aus Berlin, unterzukriegen, ohne zu kennzeichnen, dass diese in irgendeiner Form entweder politisch aktiv sind, für den eigenen Sender arbeiten, gearbeitet haben oder in anderer Form zum Beispiel Präsident der türkischen Gemeinde in Berlin sind. Was glaubt ihr? Wie viele schafft man? Beim Bericht aus Berlin möchte man uns Stimmen aus dem Volk präsentieren. Zufällige Stimmen aus dem Volk, wie der Zuschauer jetzt, der Gemeindezuschauer, denken könnte. Fangen wir an mit Bekir Yilmaz. Er hat die deutsche und türkische Staatsbürgerschaft und er ist rein zufällig der Präsident der türkischen Gemeinde zu Berlin. Natürlich schade und bedenklich, aber viele andere Menschen aus der jüngeren Generation, die machen sich schon Kopf oder haben schon Angst und sagen, vielleicht sollten wir, bevor irgendwas passiert, selbst freiwillig gehen oder so. Ich bin mir sicher, dass Hötte gut in die Klammer hier reingepasst dazu. Nach ihm kommt dann Roxana Samadhi zu Wort. Sie hat die deutsche und iranische Staatsbürgerschaft. Sie hat für mehrere ZDF-Produktionen gearbeitet. Unter anderem stand sie für den Tatort vor der Kamera. Nach ihr kommt dann Ed Greve. Er hat die deutsche und die kosovarische Staatsbürgerschaft. Ein ganz einfacher Mann aus dem Volk und rein zufällig Direktkandidat zum Abgeordnetenhaus im Wahlkreis Neukölln 1 für die Partei Die Urbane. Eine Hip-Hop-Partei. Auch der letzte Teilnehmer in diesem Beitrag, das ist Özgür Buskurt, enttäuscht uns nicht. Er ist Radiomoderator bei Radio Metropol FM, dem ersten türkischsprachigen Radiosender in Deutschland. Ich würde jetzt nicht zwingend sagen, dass sich bei ihm um eine Person des öffentlichen Lebens handelt, aber wir haben hier definitiv jemanden, der rein zufällig vor der Kamera weiß, wie man sich auszudrücken hat und der natürlich auch hier zufällig bei Bericht aus Berlin vorbeikommt und interviewt wird. Alles eben zufällige Zufälle, habe ich das schon erwähnt. Eine Klarstellung habe ich bisher dazu nicht gefunden. Es dürfen natürlich neben den eigenen Mitarbeitern aber auch regelmäßig Politiker zu Wort kommen. Meistens handelt es sich dabei um Kommunalpolitiker. Sollte man diese auch als solche kennzeichnen, damit der Zuschauer nicht den Eindruck erhält, es könnte sich um eine beliebige Stimme aus der Menge aus dem Volk handeln? Das wäre auch so, als wäre ich in Lützenrat rumgegangen und hätte zufällig irgendwelchen Politiker, die da rumstehen, gefragt und dem Zuschauer damit den Eindruck erweckt, es würde sich dabei um einen Aktivisten handeln oder um einen Teilnehmer einer Demonstration. Ich würde behaupten, dass das notwendig ist, also eben das zu kennzeichnen. Aber wie sieht der öffentlich-rechtliche Rundfunk das? Fangen wir mit diesem zufällig befragten Demonstranten in Gera an. In Thüringen hat die AfD eine besonders große Wählerschaft, auch aus Protest gegen die aktuelle Bundesregierung. Ich denke, das sind auch ganz viele unzufriedene Menschen, die jetzt einen Kanal finden, ihre Unzufriedenheit zu adressieren, wie ich finde, mit dem falschen Mittel. Für Peter Jennert nutzen Menschen ihr Wahlrecht nicht als richtiges Mittel. Denn wenn man eine Partei wählt, weil man mit der Bundes- oder im Fall von Thüringen mit der Landesregierung unzufrieden ist, ist das für den Politiker nicht das richtige Mittel, um die Unzufriedenheit zu adressieren. Ich frage mich lieber Peter, was soll ich denn tun, wenn ich mit der Arbeit der eigenen Bundes- oder Landesregierung unzufrieden bin? Sollte ich dann nicht lieber eine Partei beim nächsten Mal wählen, die die Dinge verspricht, die mir ein besseres Leben in Deutschland, die, weiß ich nicht, vielleicht eine mögliche finanzielle Entlastung bedeuten können? Soll ich tatsächlich weiter die Regierung wählen, die das Land die letzten 20, 30 Jahre kaputt gewirtschaftet hat, weil der Fernseher es mir sagt? Oder zufällig befragte Demonstrationsteilnehmer? Richtig wäre hier übrigens Peter Jennert gewesen. Er ist Kommunalpolitiker in Gera und ehemaliges Mitglied im Stadtrat. Keine Sorge, er wurde da nicht reingewählt, er ist lediglich nachgerutscht für jemanden. Ein großer Zufall. Weiter geht es in Hamburg. Hier demonstrierten 50.000 Menschen am Jungfernstieg, schreibt der NDR. Andere reden von Millionen von Menschen. Ich glaube ja an Milliarden. Im Off hören wir vielen Hamburgern, ging es auch darum, die Lehren des Dritten Reiches nicht zu vergessen. Das Dritte Reich also? Puh, harter Tobak. Was sagen denn die zufällig befragten Demonstranten dazu? Vielen Hamburgern ging es auch darum, die Lehren des Dritten Reiches nicht zu vergessen. Die Zustände wie 1933, alle, die in Geschichte aufgepasst haben, wissen, warum das wichtig ist. Das darf sich nicht wiederholen. Die junge Dame hat ein Schild mit der Aufschrift AfD wählen ist so 1933. Eine Erklärung, dafür bleibt sie uns natürlich schuldig. Wieso aber auch? Sie ist doch nur eine zufällige Demonstrantin. Ich bin mir aber sicher, sie kann das einwandfrei darlegen. Schließlich ist Jasmin Hoburg stellvertretende Landesvorsitzende bei den Hamburger Jusos. Zufall. 30 Sekunden später, im selben Beitrag, kommt dieser Mann hier zu Wort. Weil wir eine Partei im Bundestag und verschiedenen Landesparlamenten haben, die offen und in allen Teilen auch rechtsextrem sind. Und dafür muss man da wirklich ein Zeichen setzen. Leider will uns der NDR jetzt hier nicht an so einer netten Bauchschleife wissen lassen, um wen es sich handelt. Das hier ist Christian Pereira Mayemba, der zu uns spricht. Im Vorstand der SPD, Wilhelmsburg-West und stellvertretender Landesvorsitzender der Hamburger Jusos. Da sind ja viele Zufälle auf einmal. Das ist aber übrigens nicht der einzige Fehler des NDR. NDR Info teilt einen durchaus wichtigen und richtigen Beitrag auf Instagram. Warum wir Demos gegen Rechtsextremismus sagen sollten und nicht gegen Rechts. In der Berichterstattung rund um die Proteste der vergangenen Tage ist häufig von Demos gegen Rechts die Rede. In Klammern teilweise leider auch bei uns. Ja, teilweise ist das richtig. Und ich zeige euch gleich, wie oft. Das ist aber nicht richtig, denn die Proteste richten sich nicht gegen Rechts, sondern gegen Rechtsextremismus. Das halte ich übrigens für eine Lüge und das ständige Wiederholen, so wie ihr es übrigens auch tut, lässt vermitteln, dass alles mit Rechts gleichzusetzen ist. Rechtsextremismus, Nazis, Deportation, alles im Endeffekt, um den Begriff Rechts komplett aus der Öffentlichkeit, aus der Wahrnehmung streichen zu können. In dem sich niemand mehr als das bezeichnen kann, ohne dass die Leute im Hinterkopf haben, oh, Nazi. Würde man Abschiebung oder Remigration, und der Begriff findet sich übrigens auch mit einer Erklärung auf der Internetseite der Bundeszentrale für politische Bildung, also würde man Abschiebung als Meinung von Rechtsextremisten sehen und dagegen demonstrieren, wäre es ja vielleicht nachvollziehbar. Da aber der linke SPD-Kanzler Scholz selbst von Abschiebungen im großen Stil spricht, ist das ja an sich keine rechtsextreme Meinung. Man demonstriert hier auf der Straße einfach gegen alles, was nicht links genug ist. Und was nicht links genug ist, das entscheidet eben auch der Fernseher. Das entscheiden die öffentlich-rechtlichen Medien für den Zuschauern. Und rechts, ganz offensichtlich, ist nun mal nicht links. Das offenbart ihr, wie ihr richtigerweise erwähnt habt, auch immer wieder selbst. Weil es wichtig ist, die korrekten Begriffe zu verwenden, erklären wir auf den nächsten Slides, was sie genau bedeuten. Rechts ist Teil des politischen Spektrums, genau wie die politische Linke. Ich glaube, das ist so im öffentlich-rechtlichen Fernsehen noch nie gesagt worden. Aber immerhin steht es in diesem Beitrag. Auch die Sitzordnung im Bundestag orientiert sich am Rechts-Links-Schema. Das soll die Position der Parteien zu den relevanten politischen Streitfragen räumlich abbilden. Allerdings verschwimmen die Grenzen zwischen rechts und links immer mehr. Die politische Rechte befürwortet eine Hierarchie mit traditionellen Werten und Normen. Sie achtet das Grundgesetz. Rechtsextreme wollen einen Staat, in dem nationalistisches und rassistisches Gedankengut die Grundlage der Gesellschaftsordnung bildet. Sie vertreten einen aggressiven Nationalismus. Na, was denn jetzt? Ist nationalistisch rechtsextrem oder nur aggressiver Nationalismus? Für den nur die deutschen Interessen zählen und der andere Nationen verachtet. Auch hier habe ich einen kleinen Einwand. Ich kann Deutschland an erste Stelle stellen. Ich kann Deutschland, die deutsche Politik, als oberste Priorität ansehen. Deutschland steht für mich an allererster Stelle. Das sollte für jeden Politiker selbstverständlich sein. Damit muss ich nicht andere Nationen verachten, stelle aber trotzdem meine Interessen über die der anderen Länder. Rechtsextremistische Ideologie ist mit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung unvereinbar. Diese Definitionen sind ebenso wie der Begriff von Remigration von der Bundeszentrale für politische Bildung. NDR teilt diesen Beitrag selbst auf Instagram und ein paar Beiträge weiter vorne finden wir. Gerade im Jahr der Landtagswahl in Sachsen sei es wichtig, zusammenzustehen. Zusammen gegen rechts. Na, was soll es denn jetzt sein? Demonstriert man hier gegen rechts, gegen rechte Meinungen oder gegen Rechtsextremismus? Zurück zu unseren zufälligen Interviewpartnern. Auch Katjana Zunft wird interviewt. Sie wird uns hier als Veranstalterin vorgestellt. Etwa 4000, die auf dem Rathausplatz in Lübeck gegen Rechtsextremismus demonstrieren. Ich habe wirklich Angst und ich glaube, wir sind an so einem Kippmoment. Weil die Nazis, die AfD, die ganzen neuen Rechten haben sich schon in die Vereine. Die sind in der Polizei, die sind in der Politik, die sind schon in der Gesellschaft angekommen. Und wir haben immer gedacht, ach naja, so schlimm wird es nicht werden. Und ich glaube, spätestens nach diesen Enthüllungen, nach dieser Geheimkonferenz, haben wir gemerkt, doch, genau das erwartet uns. Genau das wird kommen. Bis letztes Jahr Juni war sie in der Lübecker Bürgerschaft. Das ist quasi der Stadtrat der Hansestadt. Jahrelang war sie Fraktionsvorsitzende bei der linken Fraktion eben in dieser Bürgerschaft. Ein weiterer Zufall. WDR Lokalzeit spricht mit einem Anwohner. Das ist Christian Föhr, SPD-Politiker. SWR aktuell spricht mit Dejan Mihajdovic, SPD-Politiker aus Freiburg. BR24 mit Luke Oali aus dem Organisationsteam der Demo. Sie ist Sprecherin für Fridays for Future München. Nochmal der SWR mit diesem sympathischen Mann, Ralf Koster. Er ist im Vorstand des SPD-Kreisverbandes Trier-Saarburg. MDR Sachsen-Spiegel interviewt auch ein paar Menschen vor Ort. Auch hier ist es übrigens wieder völlig in Ordnung, auch seit Fridays for Future natürlich, wenn man Kinder vor die Kamera stellt. Also merkt euch, Klimademos, Kinder gut. Demos gegen Rechte, mutmaßlich Rechtsextreme, Kinder vor die Kamera stellen auch gut. Corona-Demonstration, Bauernproteste, Kinder mitnehmen, nicht gut. Vielleicht schreibt euch das besser auf. Man stellt natürlich Kinder vor die Kamera, um Betroffenheit beim Zuschauer zu erzeugen. Dieses 10-jährige Mädchen hier zum Beispiel. Sie hält ein Schild hoch mit der Aufschrift Menschenrechte statt Rechte Menschen. Auch hier ist man gegen den Begriff Rechts gegen die politische Rechte, nicht gegen Rechtsextreme oder Rechtsextremismus. Unten steht dann noch Fuck Nazis auf dem Schild. Auch hier haben wir wieder Rechte. Die rechte politische Meinung wird mit Nazis gleichgesetzt. Wundervoll. Normalerweise gehen sie nicht demonstrieren. Heute sei es aber wichtig, ein Zeichen zu setzen. Naja, dass erstens jeder Mensch gleichberechtigt wird, egal was zum Beispiel er für eine Hautfarbe hat oder wo er herkommt. Und ja, dass sich alle Menschen in Deutschland halt wohlfühlen können und keine Angst haben müssen. Liebes Kind, über den Punkt der Gleichberechtigung sind wir übrigens schon lange hinweg. Da muss Mutti dich noch einmal zu Hause besser briefen, damit du bei der nächsten Veranstaltung, wenn dir jemand eine Kamera und ein Mikrofon ins Gesicht drückt, von Gleichstellung sprechen kannst. Und mit Gleichstellung meint man dann die explizite Förderung sogenannter marginalisierter Gruppen. Ich möchte, dass meine Kinder in einer pluralistischen und bunten Gesellschaft groß werden können und dass vor allem alle Kinder in Deutschland dieses Recht haben und nicht nur meine. Und ich glaube, ich finde es gut, dass gerade die Leute, die sonst eher unpolitisch sind und sich nicht so engagieren, dass die zeigen, es gibt viel, viel mehr, die was gegen diese braune Suppe zu sagen haben, als die wenigen, die vielleicht laut sind und die Hetze verbreiten. Das hier ist übrigens ein Beispiel für die bunte und pluralistische Gesellschaft, in der wir leben, Frau Süß. Tägliche Nachrichten von Messerangriffen, sexuellen Übergriffen, Vergewaltigungen. Die Dame, die Mutter von dem Kind, die hier interviewt wird, ist leitende Oberärztin in einer Kinder- und Jugendpsychiatrie. Auch hier freut es mich natürlich mit ihrer Einstellung der offenen Grenzen für eine bunte und pluralistische Gesellschaft, werden ihr die Patienten in Zukunft nicht ausgehen. Ich bin mir sicher, das Kind weiß genauso wie die Kinder in Kassel beim globalen Klimastreik, wo ich war, warum sie die AfD scheiße findet. Da hat die mütterliche Indoktrination wunderbar funktioniert. Eine SPD-Politikerin aus Leipzig kommt ja auch zu Wort. Hier kennzeichnet man ihre Parteimitgliedschaft, sehr löblich. Dann kommt jemand aus dem Organisationsteam zu Wort, Erik Neubert. Einfach nur ein besorgter Bürger, der die Demo organisiert. Wir fordern heute hauptsächlich auch das Reflektieren und das Erwachen der stillen Mitte für mehr Beteiligung und mehr Einbringung im Kampf gegen Rechts. Ja, und Vorstandsmitglied und Sprecher der Grünen Jugend Chemnitz und politischer Geschäftsführer im Landesvorstand der Grünen Jugend Sachsen. Die Informationen, die ich hier zusammengetrage, habe ich nicht alle selbst recherchiert. Neben dem ÖR-Blog, wie vorhin schon angesprochen, ist vor allem Critical Cat auf Twitter hier mit einem bemerkenswerten Eifer unterwegs, diese Zufälle aufzudecken. Die Arbeit, die der ÖR-Blog oder auch andere Nutzer wie eben Critical Cat hier machen, ist von enormer Bedeutung. Diese Fülle journalistischer Fehler, die bei der Häufigkeit ein Kalkül, eine Absicht vermuten lassen, ist hier besonders erschreckend. Denn die Ressourcen, die den Öffentlich-Rechtlichen zur Verfügung stehen, sind unvergleichlich. Na, vielleicht sind sie vergleichbar mit Frank Gotthard. 10 Milliarden jährlich. Für einseitig motivierte, staatstreue Berichterstattung ist ein Hohn. Es ist nicht das erste und leider auch ziemlich sicher nicht das letzte Mal, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk uns hier massiv enttäuscht. In der Fülle, wie es bei den Protesten hier gegen die AfD, gegen Rechts, gegen Rechtsextremismus, gegen Nazis, gegen Hitler stattfindet, ist aber besonders erschreckend. Immer wieder reproduziert man, dass es sich um Proteste gegen Rechts handelt. Man stellt es sogar selbst in einem Beitrag dar und trotzdem wird auf allen Sendern das Narrativ der Demos gegen Rechts verbreitet. Die Stimmen im Off, die Leute, die zu Wort kommen, Plakate, die gezeigt werden, überall. Es wird gegen alles demonstriert, was nicht links ist. Davon bin ich fest überzeugt und indem alles gleichgesetzt wird, wird dem Zuschauer vermittelt, dass Rechtssein eben keine legitime politische Position ist, sondern jemand, der rechts ist, ist automatisch ein Nazi. Das geht aus unzähligen Beiträgen hier hervor. Dazu interviewt man völlig intransparent Kommunalpolitiker der Regierungsparteien ohne jeden Hinweis. Und hier unterstelle ich eine Absicht. Eine Absicht, dem Zuschauer vermitteln zu wollen, dass es sich um neutrale Meinungen aus der Mitte der Bevölkerung handele, wenn in Wahrheit Politikern eine Bühne geboten wird. Es gibt noch ein paar andere Themen über die Demonstrationen, wie den Feuerwehrmann, der hier aufgetreten ist bei den Bauernprotesten im Vergleich zu Polizisten, die mit Regenbogenflaggen, oder eben Ministerpräsidenten wie Malu Dreyer, die zur Teilnahme an diesen Demos aufrufen, wo das Neutralitätsgebot massiv verletzt wird. Darüber spreche ich mit euch in den nächsten Videos. Bis dahin, macht's gut! Gerade im Jahr der Landtagswahl in Sachsen sei es wichtig, zusammenzustehen. Zusammen gegen rechts. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 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 Vielen Dank.